Ihr Lieben, 3. Dezember, das müsst ihr euch gut merken, da darf mein Freund der Christoph Moschberger und ich Solis sein in Offenburg mit dem Polizeiorchester Baden-Württemberg und der Stadtkapelle Offenburg. Ja und es gibt ein Riesenkonzert, ein musikalisches Spektakel, wo wir uns sehr darauf freuen und wir sehr dankbar sind, dass wir als Solisten dabei sein dürfen. Also wollt ihr das auch miterleben? Dann sichert euch Tickets und dann sehen wir uns. Bis dann!